3, 2, 1. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Last Year The Nightmare. Hallo, ich finde es voll geil, dass die in ihrer Panik erstmal so einen mega Plan gezeichnet haben für Schritt 1. Wir brauchen Fuel. Schritt 2. Wir hauen ab. Wir haben halt einen, einen Dummen dabei. Dann laufen wir jetzt die ganze Zeit zusammen, kloppen wir den nieder oder was? Ja, wir machen den. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier geht es darum, dem Killer zu entfliehen. Wir sind natürlich in High School, mit der Maustasche ist weggerannt. Oh, hier ist der Maustasche, such doch noch. Wir müssen den Killer entfliehen und, okay, der ist hier runtergesprungen. Ja, wir müssen runter. Ja, was heißt denn da, oh shit? Du stellst dich da vor, guckst dir dann an und guckst da runter, oh shit. Ey, ich dachte, ich könnte wieder hochklettern. Ja, natürlich. In so ein Loch, wo keine Leiter ist, ey. Ich bin vier Meter groß. Da kann ich auch immer hochklettern. Den Plan, um dem Killer zu entfliehen, haben wir ja jetzt am Anfang schon gezeigt. Also, wir müssen Fuel sammeln. Jeder hat eine Klasse und deswegen unterschiedliche Fähigkeiten. Ich bin, äh, ein Mediziner. Ich kann euch heilen, falls ihr auf die Fresse bekommt, kann aber dafür mich nicht wehren. Ja, Peter, kein Thema. Ich bin der Flashlight-Typ. Ich habe nämlich eine fette Funzel. Ja, what's that? Ich kann den einfach wegflashen. Ich hab ein Toolkit. Lass mal Richtung, äh, Benzin schon mal so ein bisschen orientieren. Genau, wir brauchen das Benzin, um geil, äh, Sachen zu machen. Das sieht grafisch echt nice aus. Ja, das sieht wirklich ganz gut aus. Ne, da ist die Treppe nach oben, das wollen wir ja nicht, oder? Wir müssen hier unten bleiben. Hier. Haben leider noch keinen Scrap gefunden, weil man kann auch noch seine Sachen, die man hat, entweder aufrüsten oder... Oh, der wartet hier. Ich hab ihn geflasht. Leute, wir müssen ihn hauen. Ja, ich komm weg hier. Ich hab nichts zum Hauen. Junge, hier, aufs Ohr! Oha, der hat mich! Alter! Mein Gott! Oh, Mann, der... Mann, der... Hilf mir doch! Ja! Ich kann dich nur heilen! Rauf! Ey, der... Ihr habt gesagt, draufhauen! Ja, aber... Hat Zepp gesagt! What the fuck? Das ist ja geil, das ist kein... Das ist kein Turret. Der schießt, das ist... Ich bin tot! Zepp hat mich umgebracht, Mann! Du hast dich selber umgebracht, du Vollidiot, ey! Wieso bin ich denn... Wir haben jetzt niemanden mehr, der da gerade machen kann, oder was? Wir müssen J retten. Wir müssen J retten. Wie können wir denn J retten? Wir müssen zu dem Punkt, wo Rescue J gleich steht. Da hinten. Da hinten. Ich hab nix, wo wir nicht auf den draufhauen können. Ich kann von dem... Ich auch nicht! Warte mal, ich flash ihn! Jetzt! Wegrennen! Einfach wegrennen! Okay. Oh, hier sind fallen! Nein, hier sind fallen! Ja, links dran vorbeilaufen! Hab ich doch gesagt! Du bist so fett! Ja, hab ich gemacht! Aber das hat mich trotzdem erwischt! Erstmal du! Ähm, ähm... Kann mir einer helfen? Nein! Einfach weiterlaufen, hast du gesagt! Wenn du weg bist, ist Peter der Letzte, der lebt. Ich bin... Ich hab nicht alles täuscht. Oh Gott! Du? Ja? Ne, der andere ist. So viel zu gelaufen zusammen. Der ist über mir. Oh, what? Ne, er ist bei Peter. Oh! Das war's mit Peter. Kann ich mir ne Shotgun machen? Ne. Sepp ist der Letzte. Moment, ich denk, der ist ne Falle gehabt. Ja, bin ich auch. Dachte ich auch! Ich dachte, du wärst tot! Ne, da konnte man anscheinend wieder raus. Also du kriegst dann halt Schaden oder was weiß ich. Er kann nicht mal mehr als nur einen... Also ich glaube, es wär ganz cool, wenn du die Leute revivest, Sepp. Ich mach ne Shotgun erstmal. Ja. Ich sag dir, wenn er kommt. Ne, er sagt, ne doch nicht. Verpasst du. Leut. Wie kannst du die reviven? Ja, gar nicht. Du musst quasi zu nem Punkt auf der Karte gehen. Da ist Exit. Aha. Da musst du die Treppe hoch. Wo ist der Killer jetzt? Warum kommt der dich einfach hinter... Warum rett der dich einfach hinter Sepp? Weil der... Also der sieht dich zumindest nicht durch Wände oder so nem Kram. Eigentlich müsste er dich finden. Ah. Das ist Jay. Jay kann schlagen, ne? Ja. Ja, Jay ist glaube ich a Sword gewesen. Ich war a Sword. Der war der Einzige, der schlagen konnte, glaube ich. Ich hab das auch gemacht. Hinter dir! Nein! Oh! Ich hab ihn... Er ist weggerannt. Du brauchst noch einen Schlag. Ja. Nice, ich bin gerescued. Ich hab ihn mit der Shotgun gegeben und er ist weggerannt, die Sau! Da ist er wieder! Weg! Ich hab ihn... Ja, greift ihn doch an! Die haben mit dem Shotgun! Ja, okay. Schafft ihn doch nicht zu zweit, ihr müsst fliehen! Ja, ohne Witz. Wo ist denn jetzt? Ich renne nicht das Sepp her. Der ist weg. Okay, wir gehen zum nächsten Raum. Erstmal die Tür zwischen euch zu machen. Da leben ja gerade genau die weiten richtigen... Dann wird's machen was! Jay, komm mal her, komm mal her! Jay! Hier können wir durch so'n... ...durch so'n... ...Wend... ...fast leveln und so. Oh, nice! Oh, guck, der hat da gewartet! Oh, scheiße! Hau ihn weg! Hau ihn weg! Ich hau den doch! Ich hau den doch! Wenn eins gegen eins gewinnst du nicht... Hilfe! Ich renne! So schnell ich kann! Ich versuch'n ne Tür aufzumachen! Scheiße, hat der da gekämpft oder was? Ja, wie soll ich denn? Ich kann nicht mal mehr da links oder rechts kriegen! Ich kann doch mal geradeaus kriechen! So in der Wand! Was ist das denn, lol? Ne, wieder! Ja, was war das denn jetzt? Holy shit! Äh, äh, die Dinger kannst du runterfallen! Das kann ja nicht immer leicht sein! Die Löcher im Boden da... Scheiße egal! Volltüren! Der kommt doch bestimmt gleich wieder an! Nice! Yo, Alter! Aber ich bin Medic leider! Ich heil dich, ich heil dich! Ja, heil mich! Da, wir können jetzt direkt hier noch... Der kommt, der kommt! Der ist auf! Oh shit, Mama! Tschüss! Der ist zwei Hits und ich bin wieder down! What the... Everyone for himself! Wo finde ich denn jetzt die anderen, Alter? Die sind ja mega weit weg! Mr. Moustache? Mr. Moustache? Mr. Moustache ist in meiner Helle! Okay, Seth, ich hole dich! Peter, du lebst doch? Wieder! Oh, nice! Oh shit! Hier ist ne Falle! Nein! Okay, Peter! Heil dich! Hab ich gemacht! I got a problem! Oh, hier ist ne Falle! Oh fuck! Peter, hier ist ne Falle, glaube ich! Peter, I got you! Nein! Ich bin tot! Peter, kannst du mir die leisten, dann kann ich ne Shotgun machen wieder! Ach verdammt! Ja, ich kann aber vielleicht auch was geiles bauen! Ich hab ne Pipebomb! Oh, ein Schocker wär gut! Dafür brauch ich 20, ich brauch nur 4, dann könnte ich nen Schocker basteln! Ja okay, dann lass mal hier durch den Vent durch! Okay! Kann ich dich noch heilen zufällig? Ich bin noch voll! Oh, okay! Der ist hier! Der ist nicht voll! Weg! 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 Wieder zurück! Weg! Weg! Oh, Peter, das war knapp! Das war richtig knapp! Nein! Das war gut! Okay! Oh Gott! Der ist hier! Ihr habt doch nur die Seite! Oh, Peter! Okay, wie kommen wir jetzt hier raus, Seb? Der wird auf der anderen Seite auch wieder sein! Da ist doch hinter euch die Tür! Ja, ihr wechselt ja nur die Seite der Wand, ey! Hinter euch ist ne Tür! Ach, hinter euch ist ne Tür! Das sieht aber so aus, als wenn das... Bleu! Das ist der Direktor! Das ist hier Agent 4711! Das ist nicht gut! Kill chat first! Warte, Seb! Tür wieder zu! Tür wieder zu! Okay, hol ihn! Mein Blitzedings ist auch wieder da! Der ist irgendwo in der Nähe! LOL! Jay! Nice! Der ist irgendwo hier in der Nähe! Der ist irgendwo hier in der Nähe! Da ist er! Da ist er! Renn! Okay, hauen! Sepp sagt hauen! Wir gehen weg! Renn! Renn! Ja, warte jetzt! Ja, wenn wir hauen sagen haust du und wenn wir rennen sagen rennst du! Wo ist Sepp denn? Ich renne Sepp hinterher! Ich werd jetzt geschlagen! Sepp, jetzt renne mich! Wo ist der hin? Wie denn? Ich hab am Schein bekommen! Ja, der war direkt hinter dir! Ich bin an dem vorbei gerannt! Okay, ich kann euch heilen, ne? Ja, bitte! Ich kann ihn leider noch nicht blitzdingsen! Oh Mist, Mist Zahnspange! Danke für den Heal! Sehr nett! Okay, komm 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 komm! Mr. Mustache muss sein! Das Spiel ist ja voll krank! Wir müssen jetzt Mr. Mustache und Rosator retten! Ah ja! Da, ich hab ihn geblitzt! Blitztix! Er hat mich! Wir müssen rennen, Jay! Jay, wir müssen rennen! Ja, renn rechts rum! Warum rennst du in den alten Weg zurück, Mann! Wir müssen zu Mr. Mustache! Runter hier! You really don't wanna do this! Er springt doch hinter mir her! Ja, warum rechts rum wäre der denn nicht hinterher gehörte oder was? Ich bin doch ein schwarzer, warum kann ich nicht rennen mehr? Mann! Peter, der ist direkt hinter uns! Mach auf jetzt! Okay, was soll ich machen?! Mach auf! Peter, du bist der! Der ist tot! Jawohl, schön! Keine Ahnung! Ich wusste doch, der musste doch mal sterben! Der hat geschrieben, kill me! Also... Ja, aber kann er auch ein Bait sein! Also, weiß er nicht! Alter, das Spiel ist ja kompletter Nervenkitzel, Mann! Ich geh Christian retten! So, ich kann auch irgendwo gerettet werden! Christian noch? Nice! Okay, ich bastel mir jetzt einen Schocker! Da kann ich auch was Offensives machen! Was ist das denn? Nice! Okay, Jungs! Äh, ich hab leider kein... Kein... Kein Scrap! Deswegen kann ich euch nicht helfen! Oh, ne! Das ist jetzt nicht dein Ernst, Mr. Mustache! SQ Zapp hier! Ähm, deswegen... Ja, Mr. Mustache ist unter. Das hat der gemacht! Ja, aber hier vorne ist Zapp! Der ist hier! Ja, scheiß auf Mr. Mustache, wa? Der ist unter uns! Der ist gerade mit dem anderen beschäftigt! Wir können Zapp helfen! Ja, nice! Okay, cool! Okay, cool! Ja, lass mal jetzt zum Film laufen! Wir müssen runter! Ja, wir müssen mal langsam! Wir haben nicht mehr so viel Zeit! Können wir hier durch die Wand fallen? So wie der Typ? Dann, äh, das müsste der... Nee, das macht der... Ja doch, jetzt! Ist das ein Schwer! Okay, ich komm mit runter! Ich seh nix! Da ist ne Falle! Da ist er! Da ist er! Kann er nicht aufbauen! Ich hab ihn geschockt! Ren! Laufen! Laufen! Jeder für sich! Gott gegen uns alle! Nee, nicht jeder für sich! Seid ihr jetzt weiter gelaufen? Ja! Richtung Öl! Du bist doch genau hinter uns! Siehst du uns nicht? Na, ich hab Christian geblitzt, denkst! So, hier ist das Öl! Nimm einer, einer, äh, Peter am besten! Der kann... Ich hab aber Schocker! Ich... Doch, ich hab den Schocker mittlerweile! Christian, dann warte mal, ich geh... Da sind Fallen! Da sind Fallen! Da kannst du links noch vorbeilaufen! Das wär... Das wär cool, wenn du dich nicht direkt davor stellst, sodass keiner da durch kann! Wer hat das Öl! Ich hab das entschärft! So, jetzt hier zurück! Ich hab das entschärft mit meinem Ball! Oh Gott! Ich hab ihn direkt wieder geschockt! Ja, das schockierendes Erlebnis für ihn! Ja, ich lauf doch! Okay, das war mein... Das war jetzt der Schocker! Zweimal konnte ich schocken! Das war's! Jetzt brauch ich wieder 20 scrammen! Oh fuck! Oh fuck! Wieso kommt der denn überall her? Wieso ist der denn so stark? Okay, ich hab... Ich muss laufen! Fuel, du musst auch laufen! Ähm... Er tötet mich! Das ist natürlich geil, dass Jane den Fuel genommen hat! Der einzige, der schlagen kann! Ja, hat er aber direkt weggeworfen! Ähm... I think we should do the fuel for the lift! Hättest du mal was gesagt, du Duli! Oh, warte! Hier ist er! Hier ist er! Hier ist er! Alter, what? Okay, Ed hat mich gerade getweteilt! Ähm... Am besten geht einer auftanken und einer... What the fuck! Peter, ich geh mal weiter, ne? Ähm... Das, äh... Ja... Born Sinner? Hä, wo ist der Mr. Moustache hin? Warum heißt der jetzt Born Sinner? Weiß ich nicht, aber wir müssen jetzt erstmal hier... Peter, was ist da los? Alter, der ist aus der Wand rausgekommen! Ja, du kannst dich ja teleportieren! Und... Pallen vor eure Nase! Wir brauchen zwei Leute, die draufhauen können! Äh... Ich seh die, ich seh die halt... Oh Gott! Oh Gott! Ey, Junge, du, nimm ihn doch! Der, Born Sinner hat anderes vor! Ja, jetzt geht er, jetzt geht er hin! Ja, das ist ja nett! Aber irgendwie das Gefühl, dass der, der sieht irgendwie aus wie Sepp! Der jetzt da gerade gespielt wird von Born Sinner! Oh Gott, jetzt hat er gebumst! Na, immer schön ein Selfie machen mit ihm! Das ist genau das Wichtige! Ich hab das Gefühl, das ist nicht gut! Wieso ist der denn immer da, Alter? Ähm... Ja, der ist überall, Alter! Der kann sich halt teleportieren! Wie oft denn noch? Ja, aber das ist so krass! Ich bin dann auch OP! Aber warum ist der denn jetzt immer einfach plötzlich weg? Das verstehe ich nicht! Muss der sich dann wieder aufladen oder so? Nee, du kannst dich halt in so'n quasi Geist verwandeln und... Dann kannst du durch die Gegend fliegen! Ja, aber der Typ hat doch mit seinem komischen Blitzlingsgerät nur irgendwie drei Aufladungen! Warum macht der den nicht einfach weg jetzt? Keine Ahnung, also du kannst nicht in den Zugbereich spornen! Ja, der ist aber nicht schlecht, der Born Sinner! Ja, nur da der kein bisschen weiter kommt! Ich wollte auch grad sagen, der läuft nur in der Hallowoo! Ja, aber der... Der outplayt den die ganze Zeit! Ja, dann schon! Aber... Wir haben nur noch zweieinhalb Minuten! Was ist dein Plan, Born Sinner? Ich hab keine Ahnung! Was soll das da jetzt gerade? Woa! Okay! Rest in Pisse! Untergestrungen! Leu! Hä? Er verarscht ihn halt komplett! Guck mal, was? Ich glaube, er ist sauer! Ja! Der hat gleich in Charge gegeben! Was geht denn da ab? Was macht der denn da jetzt? So, jetzt ist er verschwunden! Jetzt kommt er gleich wieder von Hilfe zu! Ich bin jetzt mit seinem Essen! Er ist da tot! Ah, der wollte ihn in die Falle schmeißen! Okay, Fallen gehen nicht auf, wenn man klingt! Aber dadurch, dass der ihn nicht gefinisht hat, steht der gleich wieder auf, oder? Jaja! Der kann wieder aufstehen! Der steht jetzt gleich wieder auf! Aber ich glaube, der steht schon daneben! Würde ich auch sagen! Boah! Er hat schön die Linke gegeben! Oh shit! Oh shit! So mache ich das auch mal, wenn ich meinen Bettnaken beziehe! Aber meine Bettwäsche müssen wir ja auch nehmen! Oh Gott! Oh, alle tot! Alter! Wir waren fast draußen waren da! Ja, weil wir waren nix! War echt knapp! War echt knapp! Das war schon... Oh mein Gott! Voll psycho! Das war nervenaufreibend! Ein bisschen! Aber lustig! Ja! Cool! Ich hoffe, ihr fandet es auch lustig! Lasst es uns wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt! Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschau! Tschüss!